Waren Sie schon im Hanse-Museum? Nein? Dann kommen Sie doch mit uns auf einen Museumsspaziergang im 1-Minute-Schnelldurchlauf. Erst einmal einchecken. Und ab geht's! Jetzt noch schnell durch diesen Gang und, Achtung, nicht erschrecken, vorbei an diesen Herren. Und schon ist der Rundgang auch schon wieder vorbei. Bei unserem Rundgang haben wir Ihnen natürlich nicht alles der Ausstellung gezeigt. Ein bisschen was sollen Sie schließlich auch selber noch entdecken. Vorenthalten wollen wir Ihnen an dieser Stelle aber auf jeden Fall nicht den grandiosen Blick vom Dach des Museums. Einfach traumhaft. Das Europäische Hanse-Museum hat täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 11,50 Euro, Kinder ab sechs Jahren kommen für 6,50 Euro ins Museum. Erwachsene 5,50 Euro, Kinder ab sechs Stunden zahlen 11, Vielen Dank.